Moin Leute, der Dre hier. Na, kurzes Infovideo, beziehungsweise eine kleine Umfrage. Und zwar, ihr seht ja, ich bin gerade hier bei Metal Gear Solid 5 zugange. Und da soll jetzt ja demnächst dann endlich auch das Let's Play zu starten mit mir. Und da habe ich aber mal eine kleine Umfrage zu. Und zwar, zum einen, sehen wir hier die Mission, die man so hat. Also es geht jetzt darum, wie soll ich dieses Let's Play gestalten. Das ist mir sehr wichtig, dass sie da mir, naja, also ich sage einfach mal so, pass auf. Es gibt also die Hauptmissionen, die kommen auf jeden Fall ins Let's Play. Und dann gibt es auch noch sowas wie Nebenoperationen. Das sind so kleine, ja, Sidequests sozusagen, die man erledigen kann, aber nicht muss. Die sind für die Story relativ uninteressant, teilweise. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal wissen von euch, möchtet ihr, also wie soll ich das Let's Play aufbauen? Ich werde sowieso alles zocken, aber wollt ihr auch alles sehen? Das ist jetzt meine große Frage. Wollt ihr nur die Story sehen oder wollt ihr auch die ganzen Nebenmissionen mitbekommen? Dann zu der zeitlichen Gestaltung. Wollt ihr, also soll ich das wieder auf 30 Minuten begrenzen, sage ich mal? Dass ich so mindestens 30 Minuten Parts aufnehme? Oder soll ich das nach Missionen gestalten? Oder, ähm, ja, also, ja, Tante ist richtig. Äh, dass man jetzt sagt, okay, du hast jetzt hier irgendwie eine Mission fertig. Nach, und dann sind es 20 Minuten rum oder was, äh, und dann beendet man das Ding. Das wäre mal ganz interessant für mich zu wissen, ähm, wie ihr das gerne hättet. Wie gesagt, zocken werde ich es auf jeden Fall. Bei Metal Gear Solid Peace Walk und auch bei 4, da bin ich ja eigentlich zuletzt ziemlich durchgerusht, könnte man sagen. Um halt jetzt hier wirklich mit euch Metal Gear Solid 5 anfangen zu können. Ähm, gerade bei Peace Walk habe ich sehr, sehr viel ausgelassen, was man euch noch hätte zeigen können. Aber was für die Story halt irrelevant ist. Und jetzt, wie gesagt, meine, meine, äh, das, was ich gerne wissen würde, ist, wollt ihr das komplette Spiel hier miterleben? Ja, ist ja gut. Oder wollt ihr wirklich alles mitkriegen? Dazu gehören zum Beispiel aber auch diese Kassetten hier. Es gibt Einsatzbesprechungen und allen möglichen Kram, es gibt es auf Kassetten, die man sich anhören kann. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, aber wollt ihr das auch mitbekommen, soll ich das, weil in der Zeit würde ich natürlich dann nicht drüber reden, das ist klar. Das sind so die Dinge, äh, die ich gerne wissen würde. Und das Video wird jetzt schon wieder länger als geplant. Aber ich freue mich riesig darauf, mit euch das zocken zu können. Ihr seht hier einen Spielstand, äh, ja, meinen eigenen sozusagen, wo ich nicht abwarten konnte, das endlich zu zocken. Äh, aber dann doch noch Peace Walk dazwischen geschoben habe, äh, oder vorgezogen habe. Und wir fangen natürlich komplett von vorne an. Und, äh, Montag geht's dann los. Sonntag kommt, äh, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, Stack Polo quasi zu diesem, äh, Teil hier. Und ab Montag geht's dann los. Mit Metal Gear Solid 5. Ja, lasst mich wissen, wie ihr da Bock drauf habt, was ihr da, wie ihr das sehen wollt. Und, äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.